Der hier ist richtig gut. Wolf Fuss und Frank Wohlschwanz sind auch heute wieder das gewohnte Kommentator-Team. Wir sind zu Gast beim ersten Gruppenspieltag der UEFA Europa Conference League. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Das ist mit den Trikots jetzt schon scheiße. Beide können sich kaum einen Pumpverlust leisten. Wir müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Tschau, Helle. Tja, kann er den mit dem Flenser machen? Ja, das war mir fast so. Es war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Unglaubliche Leistung in den letzten Spielen von jedem ist quasi nicht zu stoppen. Auch sie werden heute so ihre Mühe haben. Kann was werden. Oh, gefährlich, dieser Ball. Wir treffen heute irgendwie nicht. Sie verlieren den Ball. Sie suchen die Lücke. Wie spielt dieser Steilpass? Da passt der Toten auf. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gefährlich jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Ich treffe das scheiß Tor nicht. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Das ist doch nicht, weil das klingt, dass ich hier keine Tore schieße gerade. Ich weiß nicht, dass er nicht mehr oder weniger deutlich den Ton an hat. Wenn wir uns die Zahlen beim Ballbesitz ansehen. Und man spürt angesichts der vielen Chancen, dass sie hier durch genau hin schauen. Erst mal Augen auf jetzt. Ey. Das war nichts mit dem Pore. Der Toll ist da. Chance zur Führung jetzt. Bei diesem Eckwald. Da ist er da. Gute Zweikampf. Wer hat den Ball. Wie wird er jetzt hier entscheiden? es tut sich was in der volkswagen arena ein tor ist gefallen, was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem studio wir haben hier das erste tor für den vfl volksburg neuer spielstand damit 1 zu 0, 36 minuten gespielt danke für dieses kurze update er verduchte jaaaa wir schauen uns die wiederholung nochmal an die erste chance noch klasse pariert aber dann die nächste chance und die wird genutzt pass wird abgefangen unwiderstehlich der ball ist gut jetzt der schuss tor doppelschlag was ist denn hier los sie legen direkt nochmal nach sie sind im moment wirklich unaufhaltsam die erste hälfte ist vorbei anstoß und damit läuft die zweite hälfte dieser partie klasse ball gewinnen vielleicht warten sie jetzt was mhm ist das der anschluss treffer damit lässt er sich nicht überwinden die ecke könnte die sonst zu uns und das steht weiter hinterher wird hier jetzt ein wechsel geben mhm genau Genau. Wäre dieselbe. Das siehst du ja, wer gerade am Spielfeld dran steht. An den Spielern. Das siehst du. Ja. Die Mitspieler kommen ihnen zu Hilfe. Da wollte er Vorteil laufen lassen, aber jetzt gibt er... Ja, aber das sind halt solche. Ja. 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 Da geht er natürlich. Klasse hat ihn vorbei. Lässt ihn einfach stehen und macht das Tor eine super Aktion. Besser geht's nicht. Und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ja. 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 Ja, weg ist der Ball. Nachspielzeit sind es drei Minuten. Klasse Aktion. Klasse Aktion.